Das Tonhalleorchester Zürich präsentiert das magische Sinfonieorchester. Komm mit in die Tonhalle Zürich und begleite Pip, die neugierige Maus, Fidelia, die musikliebende Spinne, und Gustav, das freundliche Gespenst, in die verzauberte Welt des Sinfonieorchesters. Lüfte die Geheimnisse der Musik. Finde die richtigen Instrumente, erkenne ihre Klänge und verbinde die Noten zu zauberhaften Melodien. Jedes Rätsel offenbart eine faszinierende Geschichte. Sammle die magischen Sticker, meistere mit den drei Freunden alle sieben Herausforderungen und bring die Musik zum Erklingen. Ein musikalisches Abenteuer wartet auf dich.